Ja, hallo? Ja, schönen Tag, spreche ich da mit Frau Hilder. Ja? Brauchen Sie gar nicht weiterreden, kommt für mich nicht infrage. Ja, ganz normale Vorteile. Nein, habe ich kein Interesse daran. Aber wenn Sie gerade 5 Minuten Zeit haben... Nee, wirklich nicht. Nee. Ja, kann ja alles sein, aber ich habe jetzt überhaupt keine Zeit. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Tschüss. Wer war das? Das war ein Mann, der mir einen neuen Telefonvertrag verkaufen wollte. Und wieso? Weil er den verkaufen muss. Und wieso? Weil er damit sein Geld verdient. Und wieso? Weil er sich was zu essen kaufen muss. Und wieso? Damit er nicht gehungert. Und wieso? Schatz, frag doch nicht die ganze Zeit. Mal der Mama mal ein schönes Bild. Ja, hallo? Ja, schönen guten Tag, spreche ich da mit Frau Hilder. Ja? Ja, aber ich habe das vorhin Ihrem Kollegen auch schon gesagt. Ich habe kein Interesse an einem neuen Vertrag. Sie können nur sparen und Vorteile machen. Sparen und Vorteile brauche ich nicht, hat meiner auch alles. Der, den ich jetzt habe, der ist super, wie er ist. Da kann man nichts machen. Schönen Tag noch. Ja, vielen Dank, Ihnen auch. Wiederhören. Wiederhören. Wer war das? Das war schon wieder jemand von der Telefongesellschaft. Und wieso? Weil die nicht verstehen wollen, dass ich keinen neuen Vertrag möchte. Und wieso? Weil ich schon einen Hubschatz. Und wieso? Ja? Ja? Schönen guten Tag, spreche ich da mit Frau Hilder. Hören Sie? Ich weiß ja nicht, wie Sie das dabei sich regeln. Aber es muss doch möglich sein, dass Sie irgendwo in Ihrem Computer vermerken, dass ich keinen neuen Vertrag möchte. Na ja, aber Sie haben jetzt die Möglichkeit. Nein, ich bin mit meinem sehr zufrieden. Ja, aber Sie können unserem Prämium angehen. Interessiert mich nicht. Ja, aber wenn Sie jetzt wechseln, habe ich... Will ich nicht, ist mir egal. Sind Sie da sicher? Ja. Hören Sie, ich habe das Ihren Kollegen heute schon tausendmal gesagt. Tausendmal! Ja gut, Frau Hilder, kann man nichts machen. Wer ist das? Wobei... Ja? Das hört sich doch ziemlich interessant an. Könnten Sie mir das mit den Tarifen mal ganz genau erklären? Ja. Aber selbst wenn Sie das freutlich machen, dass ich ein Fresse geweckt habe. Und zwar haben Sie jetzt ganz neue Prämium-Tarife für Sie. Und wieso? Weil Sie uns als Kunde ganz besonders wichtig sind. Und wieso? Weil Sie schon so lange bei uns sind. Und wieso? Ja. Ja. Ja.